Ich freue mich natürlich, dass wir Ihnen heute unseren neuen Cheftrainer vorstellen dürfen. Ich denke, die meisten von Ihnen, auch wir im Schweizer Fussball, kennen mich natürlich. Es handelt sich um Franco Foda. Wir wissen, welche Herausforderungen vor uns stehen. Wir werden in der nächsten Saison einen zusätzlichen Wettbewerb bestreiten. In dem Zusammenhang haben wir ein Anforderungsprofil für einen Cheftrainer definiert, der Erfahrung auf dem höchsten Niveau hat, der Erfolge vorzuweisen hat und der es versteht, unsere Philosophie weiterzuentwickeln, junge Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren. Nach dieser ersten Phase haben wir, wie immer, zusammen mit dem Präsidenten eine Evaluation vorgenommen, unsere Kandidaten geprüft und sind dann aber ziemlich schnell zu Franco gekommen, mit Franco die ersten Gespräche geführt, die in unserem Klub vorgestellt wurden. Unsere Philosophie, unsere Idee, unsere Ziele für die Zukunft und wir haben dann ziemlich schnell gespürt, dass Franco die Person ist und die richtige Person ist, die uns für diesen nächsten Schritt führen wird oder auf diesen nächsten Schritt hinführen wird. Die Gespräche haben mich von Anfang an sehr überzeugt. Ich hatte sofort ein Gefühl gespürt, dass wir gemeinsam etwas erreichen können, nach so einer erfolgreichen Saison. Und ja, jetzt sitze ich hier, bin zufrieden, bin glücklich, dass ich hier jetzt als Trainer bei einem tollen Verein wie dem FC Zürich mit tollen Fans jetzt arbeiten kann. Und ja, die Vorfreude ist riesengroß. Mein Trainerteam und ich, wir können es kaum abwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Und wir werden jeden Tag alles versuchen, alles unternehmen, in Verbindung mit der Mannschaft, in Verbindung mit dem Präsidium und dem Sportdirektor, dass wir hier wieder, auch beim FC Zürich, noch einmal ein neues, erfolgreiche, einen erfolgreichen Kapitel nochmal schreiben können. Meine Idee vom Fußball ist eigentlich, dass wir immer Aktivität haben wollen in allen Spielphasen. Wir wollen natürlich kompakt in der Defensive stehen, aber immer wieder mutig nach vorne spielen. Und ich denke, dass meine Vorstellungen identisch sind mit den Vorstellungen auch von André Breitenreiter. Spiel gegen den Ball, spielt eine große Rolle. Und wenn du halt den Ball gewinnst in irgendwelchen Zonen, ist es halt wichtig, auch schnell nach vorne zu spielen. Aber ich bin auch ein Trainer, der gern Ballbesitz hat, weil, wie gesagt, der Fussball hat extrem viele Facetten. Und da ist auch Flexibilität gefragt, dass man dann auch dementsprechend immer wieder auch in einem Spiel etwas verändern kann. Ich hatte ein klares Profil, Erfahrung, Erfolg, internationale Erfahrung und vor allem Persönlichkeit. Das war für uns das wichtigste Ziel, um den neuen Trainer zu engagieren. Das spricht eben auch für Franco. Wir haben schon sehr gut hingeschaut und auch zu überlegen, passt jemand zum FC Zürich. Und ich bin einfach hundert Prozent überzeugt, Franco Ford hat mit seiner Persönlichkeit, aber auch mit seiner Erfahrung, mit seiner Historie, der passt perfekt zum FC Zürich. Und die Hoffnung hier wiederum kommt dann auch. Und ich bin auch in den Hochflugумgeherrball auch. Untertitelung des ZDF, 2020